Hast auch du ein Interesse daran, richtig informiert zu werden? Das Problem des heutigen Systems, bestehend aus einer Einheitsgewerkschaft IG Metall und Unternehmensleitung ist, dass sie meinen, sie könnten tun und lassen, was sie wollen. Erst durch eine starke Stimme in Form einer innerbetrieblichen Opposition, die nicht der Einheitsgewerkschaft angehört, können wir Managern und IG Metall Funktionären auf die Finger schauen und gegebenenfalls auch klopfen. Dazu gehört auch, dass es eine aktive Gegenöffentlichkeit im Betrieb gibt, die klar benennt, was falsch läuft, damit ihr euch selber ein umfassendes Bild der Situation machen könnt. Zudem wollen wir in der aktuellen Situation der Corona-bedingten Versammlungsbeschränkungen alles dafür tun, um die Kommunikation zu euch aufrecht zu erhalten. Dazu nutzen wir Flugblätter, Rundbriefe und Videos. Sobald es wieder möglich ist, zeigen wir auch mit Redebeiträgen auf Betriebsversammlungen unsere Sicht der Dinge. Damit zeigen wir klar erkennbar Flagge für eure Interessen und unsere Gewerkschaft. Wir stehen für Meinungsvielfalt.